Was geht Freunde der Eclipse? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Chefball Legends und heute will ich mal über Ausrüstung sprechen und zwar wir haben ja gerade dieses Verstärkungsevent und ich wollte euch einfach mal ein paar Ausrüstung zeigen, die ihr definitiv mitnehmen müsst, solange dieses Event halt läuft, weil ihr darauf eine erhöhte Chance habt, die gut zu bekommen. Also ich würde euch sowieso generell immer empfehlen, nehmt die Ausrüstung mit, die halt Platin-Equip mäßig ist, jetzt nicht unbedingt die hier für die Senker ist, die sind nicht ganz so wichtig, nice to have, aber nicht must have, aber nehmt die Unique Ausrüstung für die einzelnen Charaktere mit, für Ultras und LFs und Co und vor allem, die speziell für irgendwie sowas göttliches Key Lila sind und so weiter, weil die machen einen massiven Unterschied im Kampf und können halt Ultras und Co deutlich verbessern. Ich habe auch immer, wenn ein LF Equip war, habe ich das immer mitgenommen, auch wenn ich den LF nicht hatte, deswegen das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt aber so einige Equips, die solltet ihr eigentlich am besten immer in der Sammlung haben, weil die immer mal wieder nützlich werden. Zum Beispiel dieses Equip. Es kommen tonnenweise Gokus raus und dieses Equip ist halt für Schlagangriffstyp Goku, gibt halt hohe Schlagverteidigung, Doppelangriffswert und auf den Schlagangriff auch extremst viel. Das würde ich euch empfehlen. Nehmt das so hoch wie möglich mit. Auch dieses Equip für, ich weiß gar nicht mehr, für wen ist das? Vegeta Schlag- und Fernangriffstyp. Also ihr könnt Legit nichts damit verkehrt machen. Es kommen auch genug Vegetas raus und dieses Equip ist halt super dafür. Es gibt euch sehr hohen Schlagangriff, sehr hohe Fernverteidigung, nochmal Schlagangriff on top und Spezialangriffsschaden. Auch das ist bei vielen Duos aktuell ein sehr gutes Equip. Deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Nehmt das mit und ja, holt euch das einfach. Ebenfalls auch sehr gut dieses Equip hier. Kido-Versionssager Son-Familie, da kommen auch immer mal wieder einige raus. Ist interessant für Beast-Hahn, ist interessant für Revive-Hahn und so weiter. Für den ein oder anderen Goku vielleicht auch. Wir haben hier auch wieder extremen Schlagangriff hoch, Spezialangriffsschaden Ki-Regeration. Für Göttliches Ki war das hier glaube ich, oder? Göttliches Ki Universum Survival Saga kann das hier auch nicht schaden. Auch in dem Fall recht gute Schlagverteidigung. Fernverteidigung gibt es auch nochmal am top. Fernangriff, Lebensenergie Spezialangriffsschaden. Das habe ich zum Beispiel bei dem grünen Goku ausgerüstet. Das solltet ihr auch mitnehmen. Es gibt auch so ein paar, wo man sagt, okay kann man, muss man nicht. Kommt auf das Team an, was ihr so spielt. Das ist zum Beispiel das hier, das ist halt für gegnerisches Universum Fernangriffstyp. Das gibt halt einen extremen Angriffs-Boost. Habe ich halt für den Lila Jiren zum Beispiel geholt. Oder das hier, das gibt Doppel-Defense und Finalangriff und Spezialangriffsschaden hoch. Ist auch für gegnerisches Universum Survival-Saga. Für alle Fusion-Spieler ist das hier sehr relevant. Bei Kino-Versions-Saga Fusion, also jeder Gogeta quasi aus dem Movie. Ich meine, der kam auch sonst außerhalb nicht, aber egal. Hoher Schlagangriff, Doppel-Defense, Lebensenergie und nochmal Schlagangriff. Das war glaube ich für Future, göttliches Ki. Göttliches Ki, Fernangriffstyp, Verteidigungstyp, auch sehr interessant. Kann zum Beispiel von Zamasu getragen werden, kann aber auch von einigen Gokus getragen werden. Lebensenergie-Regeration, Basis-Ki-Regeration, Fernangriff, Schlagangriff. Habe ich auch extra hochgeholt, damit ich das manchmal, braucht man das einfach. Was soll ich dazu sagen? Das hier, sehr wichtiges Ausrüstungsequip, Sonnenfamilie, Blau, kommen auch sehr viele Charaktere. Jeder Goku, jeder Gohan, jeder Goten, jede Pan kann dieses Equip tragen, die halt Schlagangriffstyp, ne, noch nicht mal, nur Blau und Sonnenfamilie ist. Fernverteidigung hoch, Schlagangriff hoch, Spezialangriff hoch. Ist halt für Beast-Hahn, unerlässlich. Ist halt top-equipped, ne, weil er kriegt hier wichtige Fernverteidigung, die die meisten Teams kaum noch durch irgendetwas bekommen, weil die halt immer nur Schlagverteidigung bekommen. Schlagangriff, sein, ja, höchster Wert und noch mal Spezialangriffsschaden ist bei dem unerlässlich. Für das neue Duo zum Beispiel oder auch für jeden Freezer, für jeden Cell, Blau kann das auch tragen. Fernverteidigung, Schlagangriff, noch mal Schlagangriff, Spezialangriffsschaden, also geht halt auf verwendeter Camper, Schlagangriffstyp, eigentlich auch Verteidigungstyp, also ein Bojack konnte das auch tragen, ist aber meiner Meinung nach für die Schlagangriffstypen relevanter. Solltet ihr auch mitnehmen, göttliches Key für Schlagangriffstypen, ist das hier auch sehr, sehr gut, weil es sehr hohe Defense-Werte gibt, ähm, Doppel-Defense in dem Fall, einen sehr hohen Schlagangriff. Leider kann man den nicht, äh, boosten mit der sicheren Methode, das heißt, ihr werdet hier einfach rumprobieren müssen, habt aber dann hier einen sehr hohen Schlagangriff und wenn der Charakter sowieso nicht viel Fernangriff hat, dann macht das hier den Call auch nicht mehr fett, deswegen habe ich das auf jeden Fall auch mitgenommen. Für Gogeta, glaube ich, ne, einfach nur für Fusion, also Gogeta und Gotenks können dieses Equip tragen, auch sehr gut, Schlagverteidigung, Spezialangriffschaden, kritisch und noch mal Schlagangriff hoch, kann man sich auch definitiv holen, ist aber ein teamabhängiges Equip. Was aber definitiv auch sehr gut ist, habe ich mir in beiden Varianten mehrmals geholt, ist dieses hier, göttliches Key Son Goku, weil jeder Ultra Instinct, jeder Blue, jeder Gott Goku, alle können das tragen, Kaioken Goku, also Blue Kaioken Goku, etc., also alles, was irgendwie mit Gott Key und Son Goku zu tun hat und davon gibt es auch einige, Fernangriff hoch oder Schlagangriff, also davon habe ich beide, Basisfernverteidigung, Schlagverteidigung, Spezialangriffschaden, Lebensenergie, Regeneration, auch ein sehr, sehr gutes Equip, das hier ist auch sehr gut für Moviesaga, in dem Fall Kinoversionssaga, mächtiger Feind, jeder Broly, jeder Bojack, theoretisch zukünftige Cell Max, Androids, alles, was irgendwie als Gegner vorkam, Janemba, kann dieses Equip tragen, Doppel Defense in einem sehr hohen Wert, in dem Fall 18, Lebensenergie und Lebensenergie, Regeneration, also auch ein Top Equip für Bojack, Broly, etc., ähm, das hier, genau, das habe ich mir heute nochmal hoch gemacht, auch ein sehr gutes Equip, Rot, Schlagangriffstyp ist auch sehr vieles da, bis zu 20% Schlagangriff, nochmal hier 12% Schlagangriff und 18% kritisch, sowie nochmal bis zu 18% Schlagverteidigung, ihr könnt es theoretisch auch auf Defense ausrüsten, weil, gegebenenfalls, äh, ihr habt einen roten Schlagangriffstyp, der hat halt sehr offensive Ausrüstung zur Verfügung, aber nichts in Sachen Defense, könntet ihr eine weitere Ausrüstung hier mitmachen, deswegen habe ich hier auch, ähm, mehrere Ausrüstungen, die ist auch, die ist zum Beispiel nur auf, ähm, Verteidigung hier gegeben, sehr, sehr gutes Equip, solltet ihr auch auf jeden Fall mitnehmen, dann gibt es ja immer so ein paar nicht Basiswert Ausrüstung, die man gebrauchen kann, wäre diese hier interessant, für Movie Saga beispielsweise, kritisch hoch, Fernverteidigung und für jede Kino-Versions-Saga Schlagangriff hoch, also bis zu 18%, ist auch ein sehr gutes Equip, das gleiche Pendant sozusagen für Future, Doppel-Defense in sehr hohem Maße, also, hier hätte ich gerne auch auf den ersten Slot, ähm, Gold, aber ich sag mal, für 1,7 würde ich jetzt nicht nochmal alles neu machen und auch hier 18% auf Nicht-Basiswert, ist auch eine Ausrüstung, die ihr definitiv mitnehmen solltet, ähm, fühlt euch übrigens nicht verpflichtet, jetzt jeder diese Ausrüstung mitzunehmen, weil es hängt natürlich davon ab, was ihr im Moment als Main spielt, ähm, Charlottes Ausrüstung habe ich mir versucht noch hochzumachen, ich würde die am liebsten hier auf Max-Wert haben, weil es kann ja mal immer wieder sein, dass Charlotte mal immer wieder irgendwie in irgendeiner Form einen Boost kriegt, dann könnte die hier immer wieder relevant werden, weil auch hier Doppel-Defense, dann Schlagangriff, Lebensenergie, Key-Regeneration, also das ist eine sehr gute Ausrüstung, ähm, bei der muss ich mal eben gucken, ja, die ist ein bisschen situationsabhängig, die kann halt von C-17 oder Cyborg-Kino-Versionssager getragen werden, warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das diese Kombination hat, aber sie gibt halt Doppel-Angriff, Lebensenergie und Fernverteilung für jeden Cyborg im Team, sich selber natürlich logischerweise eingeschlossen, und die ist natürlich sehr gut für den blauen C-17 beispielsweise, aber auch für das, ähm, rote Duo, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Quip, was ihr auch mitnehmen sollt, jetzt kommen wir so langsam in die Gefilde, wo halt die Ausrüstung sind, ähm, die ihr im normalen Wert farmen könnt, die hier kann ich euch natürlich allgemein für Hybrids empfehlen, wenn ihr ein Hybrid-Team spielt oder ein Hybrid an sich spielen wollt mal, oder es mal vorkommt, ist diese Ausrüstung auch mega, selbst wenn ihr Pan und Beast-Hahn einfach nur zusammenspielt, die gibt halt 16% auf beide Nicht-Basiswerte, ist halt richtig krass, finde ich einfach, ähm, könnt ihr auch auf jeden Fall spielen, so, dann kommen wir zu den Ausrüstungen, die halt, ähm, ja, normal sind. Ich kann euch auf jeden Fall die Tapion-Ausrüstung empfehlen, weil die gibt bis zu, ähm, 27% Schlagangriff und Lebensenergie, wenn ihr halt ein bisschen offensiv und noch HP haben wollt, ist die top. Solltet ihr Superkämpfer spielen und darunter zählen zum Beispiel der Movie-Saga-Piccolo oder einige Movie-Saga-Piccolo, Muten-Roshi, ähm, Turnier der Kraftkämpfer und so weiter, ist diese Ausrüstung mega, weil sie gibt halt auch den ersten Wert 15% auf beide Verteidigungswerte, das gleiche nochmal für Angriff und Leben, solltet ihr auf jeden Fall auch mitnehmen, äh, die ist, glaube ich, relativ unwichtig, ja, das muss man nicht haben. Diese hier ist sehr gut, ähm, die gibt Lebensenergie, hohe Schlagverteidigung und Lebensenergie nochmal hoch, also Regeneration, Lebensenergie und Schlagverteidigung oder Fernverteidigung, je nachdem, was ihr lieber haben wollt. Warum ist die gut? Ähm, die könnte zum Beispiel mit dem Blauen Summer so spielen, weil er heilt sich dadurch besser, er hat mehr Lebensenergie und hohe Schlagverteidigung, die der halt nun mal in der aktuellen Meta braucht. Ähm, was haben wir hier noch? Die ist, glaube ich, noch relativ neu. Genau, das war die. Das kommt auf euer Team an, die würde ich mir aber trotzdem einmal abfarmen, die ist ja aktuell noch im PvP, aber irgendwann wird die auch bei den, ähm, seltenen Medaillen sein, weil wenn ihr Duos spielt, können die möglichst alle Werte hier von außen nutzen. Das Blöde ist, dass sie halt nur 5% haben, ich hätte mir eher gewünscht, dass es vielleicht 8% sind, dann wäre es nochmal richtig gut. So habt ihr aber 5% auf alle Nicht-Basiswerte, was auch nicht mal so übel sein kann. So, die Ausrüstung habe ich mir auch immer mal mitgenommen, weil sie gibt halt, ähm, 10% Schlagverteidigung ist nicht viel, aber sie gibt halt hohen Schlagangriff oder Fernangriffswert und nochmal Lebensenergie kann in einigen Situationen, wenn ihr zum Beispiel nicht erwachte Ausrüstung habt, auch noch ganz gut sein, ist für Verteidigungstyp Sengoku. Gibt es nicht viele, kann man aber trotzdem mitnehmen. Diese Ausrüstung ist auch ganz gut, Schlagverteidigung hoch, Spezialengriffsschaden hoch und nochmal Lebensenergie wird situativ sein, ist halt für Saiyajin Saga. Ähm, jetzt muss ich mal selber gucken, die war, glaube ich, mächtiger Feind Saiyan ist nicht so häufig, würde mir jetzt nur einfallen, Broly Turds und ab und zu Vegeta, ich glaube, sonst gab es keinen mehr. Ähm, Schlagverteidigung, Schlagangriff und halt Lebensenergie-Regeneration nochmal Schlagangriff, also 25% Schlagangriff, ähm, in dem Fall 12% Schlagverteidigung ist situativ, muss man nicht haben. Allerdings sollte man für Rose zum Beispiel diese haben oder noch besser die erwachte Ausrüstung davon, die ist für Zukunft mächtiger Feind und die erwachte, ähm, irgendwo habe ich die hier auch, glaube ich. Äh, 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 habe ich sie nicht? Habe ich sie doch? Doch, hier. Die, ähm, andere ist halt nur für Goku Black, deswegen, die andere kann halt auch ein Zamasu tragen und deswegen habe ich die halt, ähm, nochmal on top so, weil die hier ist halt, wie gesagt, nur für Goku Black, die andere könnte auch ein offensiver Zamasu tragen, deswegen habe ich die trotzdem nochmal hier drin und ich habe sie hier auch nochmal auf Rot, weil ich die nochmal irgendwann noch höher machen wollte, aber ja. Diese Ausrüstung ist auch nochmal ganz gut für solche Charaktere wie Varos oder Chumper, die generell nicht viele Ausrüstungen zur Verfügung haben. Die müsst ihr euch nicht hochmachen, aber wenn ihr halt sonst schon alles habt, könnt ihr die halt auch mitnehmen. Ähm, auch diese Ausrüstung ist sehr gut für Verteidigungstypen, für den grünen Broly habe ich sie mir damals geholt. Doppel Defense und was halt, äh, nochmal hier drin ist, ist halt, ähm, Fernangriff. Wobei, nee, Quatsch, war für den Fernangriffstyp, war für den lila Broly so, weil sie gibt halt auch nicht Basiswert Fernangriff und davon gibt es bei Moviesaga auch nicht viel. Auch die hier ist sehr gut für Future war das, glaube ich. Fernverteidigung hoch, Schlagangriff hoch und, ähm, Fernangriff nicht Basiswert hoch. Die ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Must-Have, kam man aber, glaube ich, auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, war die auf dem letzten Wert nicht auf Schlagangriff? Oder nur Schlagverteidigung. Ja, ist halt für den Defense-Typ ganz gut, weil auch nicht Basiswert Verteidigung. Ähm, die hier könnt ihr auch, das ist wirklich so eine Universalausrüstung, die hier könnt ihr auch ruhig mitnehmen, da könnt ihr gucken, ähm, was ihr am Ende haben wollt, weil in der Meta ist immer irgendwie ein Saiyan. Ihr habt hier sehr hohe Schlagverteidigung, was nie schaden kann. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr nochmal Schlagverteidigung hoch haben wollt. Das Ding ist halt jedes Mal bei einer Konfrontation, das heißt, wenn ein Gegner nur Saiyan-Team spielt und immer wieder wechselt, dann habt ihr für fünf Zeit dann halt nochmal 10% Schlagverteidigung hoch, was natürlich hier massiven Unterschied machen kann. Ähm, gegen ein Fernangriffsteam wäre natürlich die Fernverteidigung dann interessant. Und Lebensenergie, das ist wirklich so eine Ausrüstung, die könnt ihr immer holen, damit macht ihr nichts falsch. Genauso wie die hier, die ist, glaube ich, speziell für Hybrid, genau. Doppel-Defense-HP ist halt für Paaren gut, ist für jeden Hybrid gut, den ihr mir nochmal ein bisschen Defense geben wollt. Ähm, die, nee, die nicht. Wo war das nochmal? Ah, ihr könnt theoretisch auch diese Ausrüstung für die Extrems holen, aber seien wir ehrlich, seit die Ultras da sind, sind Extrems so gut wie gar nicht mehr im PvP zu sehen. Die hier habe ich auch nochmal ganz gern, ähm, abgefarmt, beziehungsweise hochgemacht, weil ihr habt hier recht guten Schlagangriff, Lebensenergie-Regeneration und Lebensenergie. Die war zum Beispiel für den, äh, gelben Vegeta sehr gut. Aber es gibt bestimmt nochmal irgendwann Kino-Versionslager gelb. Tapion zum Beispiel konnte die auch tragen, ähm, wo das nochmal relevant wird. Deswegen habe ich die auch immer gerne noch in Reserve. Ähm, die hier kann man auch immer sehr gut für Hybrids gebrauchen, denn sie gibt sehr hohen Schlag, äh, sehr hohe Schlagverteidigung. Außerdem noch Finale-Angriffsschaden und Spezial-Angriffsschaden hoch. Lebensenergie ist zum Beispiel für Future-Hahn interessant. Ich glaube aber auch Revive-Hahn, vielleicht in einigen Builds von Beast-Hahn und so weiter, weil Spezial-Angriffsschaden, Finale-Angriffsschaden, Lebensenergie ist alles super wert. Ähm, dann haben wir hier noch das Pendant, wenn, ähm, halt kein mächtiger Feind ist. Die habe ich zum Beispiel auch Paaren gegeben. Doppel-Defense bis zu, äh, okay, das sind hier nur 12,5%, aber 15% Schlagverteidigung, Lebensenergie ist auch ein sehr gutes Equip. Die hier ist für Region sehr, sehr gut, weil sie gibt halt Schlagverteidigung, 15%, Lebensenergie und Fernverteidigung, wenn ein Charakter gelb dabei ist. Ist zum Beispiel auch wieder für den Zamasu sehr interessant, weil wenn ihr dann zum Beispiel noch einen Buu spielt, ähm, kriegt er ja hier nochmal Fernverteidigung, 15% auf Nicht-Basiswert. Das ist, ähm, auch sehr gut in dem Fall. Ähm, was haben wir noch? Diese Vegeta-Ausrüstung solltet ihr auch immer einmal zumindest es gut haben, denn auch sie ist für einfach nur Saiyan und Fernangegriff, ähm, Schaden hoch, Fernverteidigung hoch und auch Nicht-Basiswert-Schlagangriff, weil wenn ihr sonst nichts anderes habt und es kann mal der ein oder andere Charakter dabei sein, der nicht genug Tags dafür hat, dann ist das die optimale Wahl. Mittlerweile habe ich auch diese Ausrüstung lieben gelernt, weil sie gibt halt Napan nochmal deutlich mehr, als die, ähm, Trunks-Ausrüstung, also die, die quasi das Gleiche macht, weil sie gibt halt 30% Schlagangriff und Lebensenergie, die andere gibt, glaube ich, nur 25% oder 27%, was jetzt nicht unbedingt wenig ist, aber wenn ihr die Auswahl zwischen den beiden habt, ist die halt besser. Die hier ist halt für Region speziell gut, weil sie auch Nicht-Basiswert-Schlagangriff gibt. Ähm, was haben wir hier noch? Das ist in äußersten Situationen mal für Androids gut, wenn ihr halt einen guten Verteidigungs-Android habt, gibt die halt auch Nicht-Basiswert-Schlagverteidigung, kann man sich auch abfarmen, wenn man es denn braucht. Die hier ist wiederum gut für Charaktere, die halt, ja, nichts anderes außer den Tag rot haben. Ähm, Pycon lässt grüßen, aber bisher haben wir da selten Charaktere, die sich sonst keine Tags teilen, aber ich sag mal, einmal habe ich sie mir trotzdem deswegen geholt, weil man weiß nie, äh, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja, die hier könnt ihr euch für Gokus speziell noch abfarmen. Die war zum Beispiel bei Ultra-Instinkt teilweise relevant, weil Schlagverteidigung hoch, Spezial- und Finale-Angriffsschaden hoch und Verschwinden-Leiste-Regeneration ist hier interessant. Ähm, die hier ist auch noch ganz gut, könntet ihr auch noch mitnehmen. Basis-Schlagverteidigung, Spezial-Angriffsschaden, Finale-Angriffsschaden und noch ein sehr hoher Schlagangriff. War für den einen oder anderen Cell gut, war für Zamasu teilweise gut. Ja, die hier war sehr gut. War, glaube ich, für Android das Pendant, genau. Doppel-Defense und halt Schlagangriff für Cyborg hoch. Hm. Das ist, glaube ich, schon so im Wesentlichen, was man gebrauchen kann. Bei den Silbernen ist jetzt nicht so viel, was man gebrauchen kann. Das meiste hiervon ist halt, ähm, für Turnier der Kraft. Sonst ist eigentlich keine Silberne Ausrüstung wirklich gut, aber hier sind noch einige bei, die man sich auch mitnehmen sollte als erwachte Ausrüstung. Ich habe jetzt einfach mal die hier. Ähm, war, glaube ich, für den einen oder anderen Broly relevant. Äh, für was war die nochmal? Grün-Fernangriffstyp. Weil man hat hier halt in dem Fall, je nachdem, was ihr für eine Verteidigung haben wollt, meistens lohnt sich Schlagverteidigung, Fernangriff 18% und Spezialangriff Schaden hoch. Ist nicht unbedingt ein Must-Have, aber kann man sich, wenn man noch ein bisschen Ressourcen über hat, gerne mal mitnehmen für den einen oder anderen Charakter. Genauso wie die hier, die habe ich leider nie wirklich hochbekommen, aber die ist sehr gut, finde ich, weil Doppel-Defense 20% und Fernangriff 30% ist für Erneuerung Zukunft. Also im Prinzip, ähm, ja, jeder Cell sozusagen. Ähm, der Fernangriffstyp ist sonst, macht's keinen Sinn. Ähm, dann haben wir die hier noch und die ist halt richtig gut für lila Schlaganriffstypen. Also auch für Charaktere, die im Bestfalle halt sonst keine Tags haben, aber auch für Charaktere wie zum Beispiel Super Saiyan 3 hat man die immer gespielt, also den Senkai. Weil sie gibt halt, ähm, Fernangriff hoch, Schlaganriff hoch, hier nochmal Schlaganriff 15%, also insgesamt 33% und nochmal Schlagverteidigung. Das heißt, wenn ihr richtig hohen Schlagangriff haben wollt und vielleicht noch eine Ausrüstung habt, die nicht so viel Angriff gibt, aber dafür ein bisschen mehr Defense, ist die super. Ähm, die hier wiederum ist für, ähm, Superkämpfer wieder richtig geil, weil sie gibt halt auch wieder Doppel-Defense, Schlag- oder Fernangriff, je nachdem, was ihr für einen Typ habt, Kyrie Regeneration und Spezialangriffschaden, auch da wieder Piccolo, Muten-Roshi konnte die halt sehr gut tragen, Tension-Hun und so weiter sind auf jeden Fall das die Equips, die ihr nehmen solltet. Der Rest, wie gesagt, Platin-Equips brauche ich, glaube ich, nicht großartig erklären, dass man alle Platin-Equips mitnehmen soll, die speziell für die Farben und einen bestimmten Tag sind, die erwachten Ausrüstung etc. ist, glaube ich, nichts anderes zu sagen. Achso, Fusion sollte ich vielleicht nochmal die hier erwähnen. Doppel-Defense, nicht besonders hoch, aber dafür auf, äh, nicht Basiswert Schlagangriff relevant. Die könnt ihr auch mitnehmen. Die GT-Varianten sind nicht unbedingt wichtig, würde ich fast behaupten, weil da gibt es mittlerweile bessere Alternativ-Tags bei den meisten. Ähm, sowas ist höchstens für Baby noch interessant oder so, weil ihr hier, wenn Super Saiyan 4-Kampfmitglied ist, halt nicht Basiswerte habt. Aber ansonsten würde ich die jetzt nicht als relevant zählen. Die habe ich, glaube ich, genommen, weil hier ist Saiyan Majin Buu Saga auf dem anderen, ist, glaube ich, was anderes gewesen. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die hier, weiß ich gar nicht mehr. Achso, das ist Spezialangriff-Schaden, Fernangriff sehr hoch und, oder Schlagangriff. Und Lebensenergie habe ich mal einfach mitgenommen, ist aber eigentlich auch mittlerweile nicht mehr so notwendig. Bei Super Saiyan 2 haben fast nur Trunks und Vegeta. Goku hat das halt so gut wie nie. Gohan ab und an mal. Aber die haben alle bessere Ausrüstung zur Verfügung, deswegen nicht so relevant. Ähm, die habe ich tatsächlich auch mal mitgenommen, obwohl sie gar nicht so gut ist, weil sie ist halt, wenn sie nur event-limitiert umfassen würde, wäre die richtig gut. Aber da es Universum Survival Saga ist, gibt es jetzt halt nicht so viel, ähm, ja, im Prinzip alle Universum Survival Saga event-limitiert. Und davon gibt es halt eigentlich kaum wirklich gute. Die ersten drei Units halt hier, äh, Get Ready, oder wie die, wie das, ähm, hieß, waren sogar besser, finde ich. Da ist das jetzt nicht so geil. Aber, an sich kann man die ein, zwei Mal mitnehmen, für den einen oder anderen Charakter. Wir wissen ja, die neuen Charaktere sind sowieso nicht so krass von denen. Ja, das ist im Prinzip alles, was ich euch zu den Ausrüstungen sagen kann, was ihr mitnehmen solltet. Wie ihr die verbessert, dazu habe ich schon Videos gemacht, guckt einfach in die Tutorials rein. Die ist vielleicht, ähm, auch nochmal recht relevant, weil sie halt einen ausgewogenen Wert für Majin Buu Saga gibt. Ähm, ist aber auch nicht unbedingt ein Must-Have, weil Majin Buu Saga Team klappt jetzt nicht unbedingt so sehr. Aber, wie gesagt, das sind die Ausrüstungen, die ich euch empfehlen kann. Wenn ich noch eine vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen uns wieder, via LCD. Den Frieden zum Zerstören Wird von hier fortgejagt Kriegt deine Kraft zu spüren In dir brennt ein Feuer Die Power der Dragon Ball music to spüren Das ist auch nie irgendwann öl Untertitel Säure Roll Vielen Dank.